Kurz vor 17. Silvester 2022. Jetzt ist alles wieder normal. Kirchenläuten, Knaller, es regnet und es ist windig. So sollte Silvester sein. 20.23 und es gibt Nachholbedarf. Das ist ja wohl der Knaller hier. Ja. Ja. Das ist ja wohl der Knaller. Die Feuerwehr macht dieses Mal beim Böllern mit. Also, was glaubst du, ist das mehr als vor drei Jahren? Ja, ich glaube ja. Also Nachholbedarf nach Corona. Obwohl, das war in den letzten Jahren auch nicht. Es war letztes Jahr nicht wenig, vor zwei Jahren war es wenig. Aber jetzt? Vielen Dank.